Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit der Garde der Löwen. Wie kann die Löwengarde Chiara aus einer wild fliehenden Gazellenherde befreiten? Kion, Chiara ist verletzt! Verstanden! Wir müssen zu ihr, sofort! Ich bin die schnellste der Welt, aber was mache ich, wenn ich da bin? Bring mich nur zu ihr! Danach übernehme ich! Banga? Keine Bange, Kion! Diesmal hat dein Freund einen Plan! Ist gut, beeilt euch! Hier lang! Zu Kasama! Chiara sitzt hinter dem Felsenfest! Ich komme nicht näher ran! Gut, dann springe ich hier ab! Durchhalten, Chiara! Zu Kasama! Banga! Banga! Hast du den Verstand verloren? Ich hatte nie einen, Chiara! So, jetzt musst du entschuldigen! Verzieht euch gefälligst Gazellen! Und Achtung! Das hat Onkel Pom bei mir beigebracht! Danke, Banga! Also, auch wenn du stinkst, du bist unheimlich mutig! Wenn Banga einen Einfall hat, muss man auf einiges gefasst sein und sich die Nase zu halten! Noch mehr Geschichten mit der Garde der Löwen gibt's auf Disney Junior! Ja! 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 Ja!